Neue Bahnstadt Opladen wohnen an der grünen Mitte, Bauphase Januar 2016. Die Altstadtfunken Opladen haben ihr Domizil in der neuen Bahnstadt Opladen. Sie haben den alten Wasserturm erworben und zu einer Begegnungsstätte umgebaut. Wir haben den 3. Januar und das närrische Treiben in der neuen Bahnstadt hat seinen Start mit einem karnavalistischen Frühschoppen. Zum Jahresbeginn laufen im Baugebiet der MBSO Peschke GmbH die Arbeiten wieder an. Für den dritten Bauabschnitt wurde die Baugenehmigung erteilt. Hier entstehen ein Familienhäuser vom Typ Klassiker, Vario, Familia und Maxima. Neu hinzugekommen ist der Typ das Stadtliche. Im zweiten Bauabschnitt ist man mit der Verklinkerung fertig und alle Dächer sind geschlossen. Bei den Mehrfamilienhäusern A und B werden Sandwichwände für die Raumaufteilung gesetzt. Im Vordergrund ist Haus 1 zu sehen. Für die Unterzüge werden Bierhaus 30 Tonnen Monierstahl benötigt, wie hier bei Haus B zu sehen ist. A und B ist fest. Die Mehrfamilienhäuser Von 1 und 2 sind in Haus 1 die ersten Mieter eingezogen. Und bei Haus 2 wurde das Treppenhaus fertiggestellt. Die Mehrfamilienhäuser